So Leute, da bin ich wieder zurück. Und worum geht es in diesem Video? Nämlich tritt ein Gegner mit einem Harpunier. Ihr seht, ich habe mich schon... Ja, ja, wir sind hier in Gruppenkeile, wir sind hier am Geiern, alle in der Pilz. Wir sind im Gruppenkeile-Modus, weil da bietet sich das am besten an, weil ihr halt immer wieder respawnt. Und der Harpunier geht auch immer wieder auf 10 Munition hoch, wenn ihr sterbt. Also verbraucht den definitiv nicht komplett. Dazu gibt es auch noch eine geheime Mission, nämlich 150 Kills insgesamt damit machen. Also wenn ihr eine Harpune findet, benutzt sie, nehmt sie auf jeden Fall mit, macht eure Kills damit. Und gut, aber es soll jetzt eigentlich hier in dem Video um die Tagesaufgabe hauptsächlich gehen. Weil ihr seht, ich soll einfach nur schaden mit der Harpune. Ja, ja. Ach Gott, oh Gott. Seht ihr das? Ich spiele 4 gegen 14. Lol, das habe ich gar nicht geachtet. Oh nein, bitte nicht. Ich will euch nur gerade einmal demonstrieren, dass es einfach nicht zählt. Und dann sind die hier alle am Geiern. Ja, das war am besten Fall schon nicht gezogen. Nämlich, ich habe die als Tagesaufgabe und das ist wirklich die einzige Tagesaufgabe, die es gibt, die anscheinend ein bisschen verpackt ist. Also es funktioniert einfach grundsätzlich nicht. So, jetzt mal gucken wir mal in der Video. Da habt ihr gesehen, 74 Schaden gemacht. Dann trifft ein Gegner mit einem Harpune. Ihr habt es gesehen, 74 Schaden gemacht, aber die Aufgabe zählt eigentlich nicht. Wenn ihr mir da irgendwie helfen könnt, oder eventuell eine Lösung wisst, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ich persönlich weiß es wirklich nicht. Und denkt dran, wenn ich euch selber dabei weiterhelfen konnte, gerne natürlich ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Hier aus der Runde gehe ich auch raus, weil wie viele Gegner sind wir noch? Ah, 3 gegen 13. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.